Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Rainbow Six Sieg, zusammen mit dem Dalu Card, den Kapuizen Wurm, den Kundran und dann auch unseren Backenball. Super Alex, richtig scheiße, jetzt nicht Rainbow Six sagen können, Rainbow Six Sieg. Welche Sport hast du gesagt? Es ist nicht mehr so effektiv. Hast du heute schon einen Apfel gegessen, Kundran? Nein. Dann wird's Zeit, hopp hopp, ein Apfel für den Kundran. Ich hab keinen Apfel zuhause. Ich hab einen Apfel, Kundran. Ich würde es mit dir teilen. Das ist sehr liebenswürdig. Kapuizen hat kein Adamsapfel. Echt, das ist so doof. Aber eine kleine Prinzessin. Ich bin eine kleine Queen, bin ich. Ja, das stimmt. Ne, da könnte ich jetzt was drauf sagen, aber ich glaube das geht's aber auch nicht. Nicht nur eine kleine. Eine kleine Queen. Eine Diva-Queen bist du ja. Ich bin eine Prinzessin. Warte, ja. Ein Prinzessin. Eine Prinzessin. Eine Prinzessin. Und der Alex ist mein Pinz. Welcher kleiner Pinz? Rechtes Gebäude, wenn man vor dem... Die kleine Pinz. Naja Und was ist der Kunde? Die Leute denken wieder an irgendwelche komischen Sachen Wahrscheinlich Ich hatte irgendeiner gefragt, ob ich Frauenbesuch mag Der Kunde sagt nachher Nicht nach mir Ja, Kerl Warum frag ich mich auf den Frauenbesuch? Was ist das für ein Schwarzer? Ja, bei mir, wenn du irgendeinen Scheiß gequatscht hast Ich hab keinen Ich sehe gar nicht mehr Kleiner Binz Hey, was hast du für ein Helm auf, Coongran? Warum, was soll ich da für ein Helm auf? Ich hab jede Runde aufgefüllt 6Ler hat da eine Kapuze auf Ja, ich hab eine Kapuze auf Eine pinke sogar Guck die Kapuze, guck sie mal an Ja, von innen Nein Ich hab keine Ahnung, wo die Kameras hier draußen sind Bin dafür zu doof Ja, ich hab eine Hinter uns Und jetzt noch die hinter uns Danke Das gab zwei Da war die Und es gibt da hinten noch eine Du Was fällt da auf? Okay, er ist weg What? What? How did you do that? Kopfschießt tun Ah Okay Motherfucker schreibt da Echt? Ja Er guckt raus und schreibt dann Motherfucker Okay Das war wahrscheinlich so ein cooles Motherfucker, weißt du? Was machst du da, Sachse? Alex, warte Du drohst jetzt echt Obwohl du vor der Tür stehst Alex soll ich? Alex hör mit zu Ja, mach Jo, bitte auf der Rist gehen Auf Jo, Rist? Hier ist auch Alles auf Bitte auf Riesiger gehen Ja, okay Der war auch am Fenster Gut, Räume sind safe Ja, die waren alle spawned Hier Arschgeigen Viecher Achtung Alex, hier war gejammt Geht nicht Gut, ist auf jeden Fall einer im Raum Ah shit, ja Linker Seite Ich kann nicht wirklich was machen Werner, wo ist denn der? Ich guck der Dropper oben Komm Dropper, Sachse Wir können Wenn du hochkommst Wir können hoch Dropper gehen, ja Doch, noch niemand hinter mir kommt Ralalalalalalala ging ging weiter in linker Seite Unten lag einer, den hab ich Warte Sachse Jetzt geh runter So dass du mit dem Weg geh Genau, genau Ab einer Er liegt Lol, er liegt da vorne rechts Ach, ja Ich sehs grad Okay, okay Gut Nicht verkehrt Wie seid ihr da reingegangen? Beide beim Sachsen jetzt Wie seid ihr rein? Dropper oben Dropper oben Bitte Latte Stehen beide unterm Dropper Stehen beide unterm Dropper Schön Okay, habt den hin Deine gucktür Weltkugel Fenster Ecke Die Mitte des Raumes Abgehen Abgehen Er ist in der Mitte des Raumes Wow, die Flaschen Kamen die von einem von uns? Wow, wer war denn das jetzt? Mitte des Raumes Oh, ich bin in der Falle Ich bin in der Falle Jetzt kann ich meinen halt abschießen Ich bin in der Falle Im toten Winkel Und er hat aufgegeben Oh Ich bin in der Falle Und Kapuza Ich bin in der Falle Ich bin in der Falle Mich hat er aber auch noch niedergeschossen Ja, ich glaub ich hab dich erwischt Ne, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, von unten erschossen Was hat er denn? Ich bin in der Falle Ich bin in der Falle Und Kapuza hat sich geschafft mit dem Bärenfall zu laufen Ja, man, ich hab, was ist jetzt los? Mich hat er von unten erschossen Ach, ja Aber, aber die Stelle, wo ich dich erschossen habe Aber es ist so schön Der Typ läuft zurück Ich schmeiß dir noch eine Flash entgegen Und das erste, was kommt Oh, die Flash von Guntra Und wir denken Alles klar, er hat einen richtigen erwischt Das war halt echt so Okay Warum werde ich jetzt getieflasht? Weil der Typ da stand Das seien wir nicht Ja doch, der ist ja dort hingegangen Aber bevor du die Tür das erste Mal Ich war im anderen Raum Da kann der nicht gestanden haben Da war keiner drin Ich war unter euch Der stand vor dieser verschlossenen Holztür Der Sachse hat ihm vielleicht wirklich auf den Typen geworfen Der Sachse war ja schon die ganze Zeit dran Ich möchte, dass jetzt nur noch Alle Der Konrad darf keine Weste haben Und dann gibts zurück Das ist jetzt wieder eine Lichtstimmung hier Ja, Bullshit-Stimmung ist hier Ich will die neuen Operator Wann kommen die jetzt eigentlich? Nächstes Jahrhundert Also dann nach der WC Ey, so Bullshit, ey Soll ich da aufmachen, Alex? Oder willst du da Ja, kannst du aber links dann, ne? Eigentlich Links der Ecke? Ja Ich hab nur ein Kugloft gemacht ADT Prime Amazon Prime Wir sind noch nicht kommen Drillen 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 Oh, die Fenster Drillen 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 ich weiß aber nicht wo sie sind wenn ich ehrlich bin einer läuft auch da ist einer was ist das besten die schließen sich immer noch viel werde ich ab montan ist der letzte erlebt ist hier wo ich jetzt bringe ja so ein schild bummst man halt nicht steht da halt rum dass hinter dem blauen container da ist na komm wir gehen raus wo ist er er hat echt versucht mich zu kennen weißt du da macht dann doch er guck mal wie er hat er sieht mich ja aber mit der reaktion seit der lederlappen habt ihr den geilen doktor gesehen der da stand ich habe mich gerade beschwert ne gerade oder was hat er geschrieben dass ich kommen soll ja sie haben beschrieben bandit come on let's have some fun oder so was in der art okay woher wollen sie wissen dass das bandit ist also wir wissen ja nicht dass du gemeint bist ist ja nicht deine rolle kannst du gar nicht wissen wer wer ist wenn sie mich gespottet haben tab drücken läderlappen den standort des bio gefahrgut so ähm das team ist halt ja ich reporte die mal ja ich reporte die einfach scheiß drauf musst du nicht reporten das spiel lebt von solchen leuten damit wird nichts passieren report einfach alle so auch kapuze kapuze reporte ich jetzt auch live warum wir hängen einfach so für die zuschauer wir hängen einfach noch eine zweite folge hinten ran genau genau und als dankeschön dass ihr trottendunut singt euch dadalo ein lied geht schon hallo kann schon singen hab die bis jetzt noch nicht gespott dadalo ist diese schüchtern müsst ihr wissen naja misst ich hatte push to talk aber jetzt habe ich ja schon gesungen egal dass ihr singen jetzt äh eschul maschanga 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 nochmal sachsen wer schießt mich jetzt ab das war ja du warst das ne das war dann da ich bin oben am sniperspot ich seh dich doch nicht mal ich seh dich doch nicht mal alex war das panisch war hab 31 schuss und 210 in munition ich hab 6 ap wie frisst das das schild ist genau dahinter sagst du ne das ist jetzt weg das schild das ist jetzt weg das schild jetzt komm zurück ach die sind wirklich nicht geschossen direkt reporten hier ich bin jetzt eigentlich extra so weg gegangen wenn man den report sieht dann sieht man das kapuza wenn der mich töten wollte das stimmt doch gar nicht gesehen das haben wir halt gesehen diese flashes bist du blind davon immer noch dock in der richtung echo ist über der echo ist irgendwo da oben der echo ist überm fenster echo ist überm fenster ja habste gehen wir eigentlich zu viert an diesem fenster ich seh halt einfach nix einer ist jetzt im raum rein rechts da kommt der nächste einer ist noch im raum rechts zwei sind da rechts wow das war jetzt nicht schlecht einer ist wieder zurückgebrannt ja ist auch nur einer rechts doch das ist doch feindliche aktivität nein du du es nicht du es nicht du es nicht du es nicht verfrau es einfach es geht nicht gerne der soll mich messern kommen ich habe ein hp nein falsche seite falsche seite falsche seite ah ja da ist ein großer junge vielleicht rennt der raus das wäre so witzig er rennt raus oder bleib 11k dreh dich weg dreh dich weg stimmt riecht zu claymore riecht zu claymore riecht zu claymore ja vielleicht stimmt der da komm schon was nicht die 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 Das kommt mir auf reddit post Ich dachte mir du weißt dass das die claim oder lag Ich hab doch zu das war aber meine natürlich ja und ich habe zu kunden gesagt locken zur claymore ja ich habe doch gesagt geht so Ich bin mir ziemlich sicher dass ich gesagt habe geht zu kämmer du hast doch die kämme habe ich gesagt Und ich dachte mir das war von anfang an im plan aber du hast gespielt reagiert Hä ich doch nicht kundran lag oder kundran whatever Das fand er nicht witzig 3 2 1 da sind wir wieder chalet Wintermenschen ok Wintermenschen wir sind die white walker Du nicht Aber wir haben auf jeden fall Wir haben auf jeden fall den dümmsten Rainbow six spieler des jahres gefunden Das ist ja peinlich Noch besser wäre es halt gewesen weil er ist ja kurzzeitig rückwärts vor dir lang gelaufen Ja Alleine Das war schon gut Er hat halt getebackt Ja ja genau und wir wollten ja dass er dann rückwärts Er ist ja rückwärts genau in die claymore läuft Das wäre noch besser gewesen Ja Das war schon gut Aber das ist halt echt schön Weißt du sowas Aber das kam er direkt wieder da Genau richtig genau Das ist das richtige Wort Ja das Schade dass das kein Ranked Game war Wo es wirklich auch noch um was gegangen wäre oder so Dass du halt das Dass du das richtig in die Fresse bekommst Wenn du so einen Hurensohn Das verfolgt ihn jetzt auch sicherlich lange Der wird das Spiel jetzt deinstallieren Hoffentlich Das verfolgt ihn halt wirklich lange Also wenn der heute Abend essen geht mit den Eltern Nix mehr Denkt der daran Der cancelt das Ich bin krank Die Noten Die Nächsten Die Noten für die nächsten Wochen Die Job Für die dritte Klasse meinst du? Ist vorbei Ist vorbei Kennst du nicht der Drittklässler der seine Eltern um halb neun unter der Woche zum Essen einsetzt Wenn ich sowas mache dann ist das Also entweder weil man sich mit auf den Gegner sozusagen drauf eingelassen hat Weil die das auch getan haben So weißt du Um das aufzustacheln Bei PUBG habe ich mich sogar einmal entschuldigt dafür Da hatte ich einen gekillt Und beim heilen stehe ich immer auf und duck mich Um halt keinen Headshot zu kriegen T-Bang halt Und genau Sieht das so aus mit T-Bang Und ich stand halt noch auf der Leiche drauf Und ich so Fuck sorry Weißt du Das war Das ist gar nicht die Tension gewesen Die da zu Disrespect Mh Kitchen oder was Ja Küche Bar Alles Kitchen 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 Leute Weihnachten Leute Weihnachteee Und da freue ich mich dieses Jahr schon sehr drauf Auf Weihnachten? Ja ich freue mich immer Ja der Lord lädt nämlich ein Ich freue mich immer Ehrlich denn? Der Lord lädt ein Nein Aber warum extra runter? Wer ist der Lord? Wie Passt du wirklich zum Lord? Das wäre super lustig Er ist der Lord Nein aber Unabhängig davon Ich freue mich immer auf Weihnachten Ich nur aufs Essen Du bist ja Dalu ist auch noch so ein kleines Kind Auch Geschenke Papa Ja ich kriege Geschenke Ich habe gerade so Dalu meldet immer das ganze Haus Weil er Geschenke zu ist Ja ja Weihnachten ist immer bei denen so Eskalation Eskalation? Was das Problem bei mir ist Man kann mir kaum noch was schenken Wenn ich was haben will Doch Ich weiß noch was man dir schenken könnte tatsächlich Ich weiß eine Sache die man dir schenken könnte Das gelogen Doch wirklich Ewiges Leben Ne ein Arcade Ein Arcade Automat Ja das war schon ein Hades geschehen Das stimmt Das ist jetzt ganz schlecht Oben rechts Fenster Ja oben rechts Ja der war auch oben Rotflinter Was haben die denn alle? Ich setze die Treppe runter gegangen aber wie ne Shit hier ist ja alles auf Hm Du kannst hier hochkommen sagst du wir können hier her gehen Wollte grad sagen Ich weiß nicht ob hier eine Bärenfalle oder sowas liegt Ich check dir das ganz kurz out Oder auch nicht Wieso machen wir heute alles so viel Spawn Kill Das tut das für eine Keule Ne was? Was für eine Keule Einen Morgenstern Alter Einen Hammer Guck mal Hier guck mal Ey Bücher find ich Ehhhhh Was ist das hier? Kunst? Ja Boah Das ist immer mehr als nur die Kunst removed Kunstkritik nennt man das Ey das ist Vandalismus Sachse ich weiß Hinter uns kommt einer hoch Ehhhhh Jaa Hetz 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 Aber wir nehmen glaube ich den Schweißer Dropper oder? Ja Welchen wollt Den den hier über der Küche Ich mach mal so ein bisschen Ich guck mal so ein bisschen durch die Decke ne Das hast da auch ein Geräusch Und bitte Weihnachtszeit Weihnachtszeit Die Wand ist fisch Hallo kriegstefsch maul Ja Hier ist einen restrictions Da ist, hier ist Frost, da ist immer noch Frost, immer noch Frost, genau jetzt hier. Okay, warte, 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 die war nix, oh doch, die war gewollt, da ist ne Bärenfalle. Einer ist hier hinten, okay, ist weg. Einer könnte noch hinterm Tisch sein, ja, einer ist hinterm Tisch, hab ich hinter dem Schirmschild, ja. Ich bin noch draußen, der muss sich aufnehmen, der muss sich selber aufnehmen. Gute Runde, guter Zugriff, da kassiert er von mir. Du hast glaube ich auch in Sachsen getroffen, ne? Nein, hab ich nicht. Ja, da wurde auch schon so schön dekoriert. Hansa ist noch eingepackt. Hansumain Rook nehme ich heute zur Abwechslung an. Oh Rook. Oh Rooka. Oh shit, nein, da hat wohl keiner Bescheid gesagt. Was ist passiert? Was sagst du eigentlich, oder? Ich habe ihn auf Skype geschrieben, ja. What? Ach Alter, das guckt nur Discord. Achso, das ist so ein Krebsgeschwür habe ich nicht. Du hast es doch gerade gesagt, du schreibst ihm auf Skype. Ja. Nee, eher mein Discord. Ja, ich weiß. Hallo. Ich habe eben dem Items geschrieben. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Der Bio-Hazard-Container ist auch schon seit drei Jahren hier das Objekt integriert. Oh, ich hasse es. Können wir uns hier was besseres einfallen lassen? So, hier gibt's gute Westen. Das ist so ein Scheiß-Wort, ne? Irgendwie. Ach. Ja, der, wo wir jetzt sind. Oh, da ist ein... Ähm, hinter der Bar müsste vielleicht noch eine Wand gemacht werden, bitte. Hinter der Bar. Jetzt findet er, der Bar ist vor der Bar. Ey, ich find's hier tricky, weil hier kann von allen Seiten was passieren. Ja, ja, hier ist so. Das ist echt nicht so leicht. Weihnachtszeit. 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 Schade. Den Dropper hier oben hätt ich gerne offen gehabt. Ich glaub das wär nice. Ja, ich bin... Das ist leider zu. Ich bin stuck. Ne, bist du nicht. Ah, jetzt geht's. Siehst du? Ich war stuck. Ja, ich weiß. In der Ecke, ne? Man kann reinlaufen, aber nicht mehr raus. Man kann reinlaufen, aber nicht mehr raus. Ich bin irgendwas angebracht. Bei den unten. Ja, hier auf Fenster. Ja, die wollen unten rein da noch. Oh, dann müssen wir hier aufpassen, ja. Na ja, einmal Bug. Und nochmal. Ich hab alles zugemacht hier da, ne? Ja, ich seh's grad. Okay, drei Mann jetzt in den Raum drin. Der Bug ist hier. Hast du was gesehen da unten? Unten in dem Raum mit drei. Ich hab's mal angeeckot. Ja. Warte ey, wir kriegen den scheiß Dropper nicht auf. Warte, hab ich... Na, einer ist auch noch Außentür, wo du rein kannst. Siehst eigentlich einer von euch beiden auf die Tür hier gerade? Nein. Das waren die glaub ich dann. Ne, das ist der eine von draußen. Du kannst ja draußen... Viel nur hin. Achso, okay, okay. Ich echo gleich nochmal einen. Ja, fuck. Ja, gut abgelenkt. Noch einer im Raum und noch einer draußen am Fenster. Ja, der ist jetzt... Der dritte fehlt leider. Ja, der dritte fehlt leider. Zwei sind draußen. Einer kommt hier diese Seitentür. Der ist jetzt vor unserem Raum. Na? Vor unserem Raum. Ist es der? Genau, genau. Könnte ich schießen. Ne, Alex hat ihn. Äh, hier am Fenster unten in dem Raum, wo du schon zwei gekillt hast. Das ist ein Fenster, das geht direkt auf die Tür geht, ne? Ja. So, geradeaus durch. Da sitzt dahinter. Er ist drin jetzt, ich echo ihn. Ich weiß leider nicht, wo der letzte ist. Er ist geechoet, er ist jetzt in der Ecke in dem Raum. Äh, jetzt rechts, Alex, rechts und er ist geechoet. Rechts, rechts, rechts. Jawoll. Eis! Das war ein Eis, oder? Ja. Mit zartkräftiger Unterrichtung durch die Echo-Prone, aber... Hier da nochmal angeschossen jetzt. Zack. Da hört er nix. Er hat doch nix mitgekriegt. Das war starkes Teamplay von euch. Jo. Na, Echo ist schon echt ein krasser Scharrei. Meiner Meinung nach ist das auch besser als, äh, Walküre oder wie die heißt. Ja, Echo finde ich super als Schar. Ja. Der hat ja auch ne schöne Grund. Vier Millionen. Auf dem Konto? Was ist Top-Tier-Character, der im Spiel hat? Gibt's da was? Ja. Es gibt immer einen Top... Also es gibt keinen... Ja, Top-Tier nicht, aber... Es gibt Meter. Es gibt Meter, genau. Was ist der Top-Meter? Was ist am höchsten? Ash zum Beispiel. Und Dackne. Ehrlich, Tetscher? Ash, Thatcher, Thermite oder Hibana. Also Ash sowieso, weil die gut beim Pushen ist. Und sonst ist halt so ein bisschen... Und Montagne ist einfach ein super Schild. Aber du kannst ja auch... Fletch zum Beispiel nicht. Obwohl Montagne sieht man echt selten wieder, hab ich das Gefühl. Also ESL sieht man ja... Aber du kannst dich... Du kannst eure Expertenmeinung abholen, sobald die Videos online sind. Richtig, du hast da die besten. Du hast 2000 Kommentare von den Top-Tausend, aber keiner schreibt einen doppelt. Verteidiger ist zum Beispiel Bandit immer irgendwie dabei. Da wo wir waren. Da wo wir waren. Ah, ich bin aber auch der Drohnen-König. Also da... Drohnen-König. Da hab ich die besten Trick-Jumps drauf. Ich könnte auch ein eigenes Video zumachen. Mach doch mal ein eigenes Video, so ein Tutorial. So ein Parcours, Drohnen-Parcours-Videos mach ich. Das wäre aber lustig, wenn es so Fun-Maps gäbe, wo man nur mit den Drohnen irgendwas machen müsste. Ja, Drohnen-Race-Maps. Ja, genau. Oder Jump'n'Run. Ja, Jump'n'Run. So Adventure-Maps wie bei Minecraft. So wie die KZ-Maps bei Dings. KZ Big Bean. Das war die beste. Oh, jetzt geht's los. Meine Sachse. Oh, viel zu los. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Aber ich glaube, das kann man nicht mehr zeigen heutzutage. Damals die Surfen. Surfs-Water-Run 2. Äh, Kirchenfenster. Plus die Surfen... Ich hab noch was für dich. Surfen konnte ich immer in 1.6. Konne ich das. In CSGO kann ich's nicht mehr. Sachse. Oh Mann. Sachse. Das ist gut, Alter. Blödfilz. Was geht's denn jetzt? Das war schon das letzte Mal bei ARMA. So, ey. Kann ich jetzt die Tür hier aufmachen? Seid ihr fertig? Seid ihr fertig, ja? Ja, wir sind so ein Problem. Ich hab durch den Schatten was kaputt. So was von durch, ey. Ist da oben einer oder so? Er piekt echt nochmal. Er hat gut kassiert. Einer ist gedowned. Du hast auch noch einen gedowned. Das wunderbar, wenn ihr dann vermeint. Ich seh halt nicht ob Dings ist, ne? Bernd, weil ich check das kurz. Ich hab nichts getrillt. Gekillt. Au, au. Entschuldigung. Ich glaub wir haben den gleichen gedowned. Du hast auch was gedowned, ne? Ja, danke. Da sind jetzt übrigens zwei im Raum links. Okay, das wird der eine davon gewesen sein. Irgendeine Drohne. Ist noch was oben oder so? Ja, ich glaub oben ist einer. Ah, rechts, 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 rechts. Bernd, oder? Rechts. Rechts. Zwei. What the fuck? Was war das denn? Oh nein, man sieht das auch noch. Man sieht das auch noch. Wer kostet mir mein Ace geklaut, du Ratte? Ich hab den Bier gehabt. Ich hab den Bier gehabt. Oh, was hat das denn? Alex. Alex, unser Sniper-King. Du hättest mir jetzt auch gern das Ace lassen können, ey. Ich musste mich da werden, ey. Der war auf einmal hinter mir. Der hat sich gepoutet. Oh Mann, ey. So, jetzt ist der Bada zu Ende. Tschö, 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 lü. Leute, macht's gut. Lasst gerne einen Like dafür in der Doppelfolge, bis dann... Tschö. No!